Liebe Pilzfreunde, schaut mal, wer bei uns bei den Lorcheln, Werpeln und Morcheln 2024 endlich den Anfang macht. Ja, was heißt endlich? Es geht so früh los wie noch nie, was bei dem extrem milden Februar aber dann doch nicht wirklich eine Überraschung ist. Den Anfang macht die Nadelholzscheibchenlorchel. Ja, und das ist exakt die Art, die bei uns 2023 in diesem bombastischen Morcheljahr so ziemlich als einzige Art aus dem Bereich so richtig geschwächelt hat. Die Nadelholzscheibchenlorchel ist für mich kein Speisepilz, weil sie den Giftstoff Gyrometrin enthält. Der ist zwar hitzeinstabil, aber es können nach der Zubereitung Rückstände in dem zubereiteten Essen verbleiben. Und dementsprechend sammle ich Gyrometrinhaltige Arten grundsätzlich nicht für Speisezwecke. Zudem ist es der typische Verwechslungspartner vom essbaren Morchelbecherling. Der hätte allerdings einen ganz, ganz intensiven Chlorgeruch, den die Scheibchenlorchel so nicht besitzt. Zudem ist es der typische Verwechslungspartner, den die Scheibchenlorchel so nicht besitzt.